Mond erhalten. Wir müssen zuerst das Momento vorbereiten. Kugeln anklicken, um Elemente zu drehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Hä? Aha. Das Momento kann jetzt zum Gedächtnissprung inklubiert werden. Moment, was ist mit meiner Privatsphäre? Wir versuchen so wenig wie möglich zu verletzen. Sie zu wenig. Aber meistens lässt es sich nicht ganz vermeiden. Oha, das ganze Haus war voll von diesen Hasen. Schalte Sichtbarkeit und Interaktivität ab. Es wäre nervig gesehen zu werden. Ja, 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 zufrieden? Mein Gott, was sollen bloß diese ganzen Hasen? Da kriege ich eine Gänsehaut. Wir hätten vorher in seiner Akte nach psychopathischen Veranlagungen schauen sollen. Was zum... Hat er mich gehört? Das ist unmöglich. Es ist wahrscheinlich nur ein Teil seiner Erinnerung. Dann bleibe ich bei meiner Argumentation. Wie auch immer, hör auf zu quatschen und finde ein Memento, das uns hier wegbringt. Na, bist du nicht was Besonderes? Hast zwei Farben, während all deine Kollegen aussehen, erzählten sie im Bleichmittel gebadet. Wie bitte? Du glaubst wohl, du bist besonders gruselig. Nun ja, dann stimme ich dir zu. Alter, gepflegter Rucksack. Stammt der aus der Steinzeit? Das werden wir gleich herausfinden. Lass es. Wenn wir ihm unsere Anwesenheit in jeder Erinnerung neu erklären müssen, drehe ich durch. Führe mich nicht in Versuchung. Nein, einfach nein! Wohl läuft, aber man hört keinen Ticken. Hä? Okay. Ah! Alter, was ist denn da los? Okay, es muss hier irgendwo sein. Ein Teil fehlt mir noch. Ein Teil fehlt mir noch. Ein Glas eingelegte Oliven. Bah, ich hasse dieses Zeug. Was gibt es daran zu hassen? Es sind eingelegte Oliven. Genau das. Hm. Frische Wildblumen. Oh, ich muss unbedingt was trinken. Memory Links aufgebaut. Memento Regenschirm jetzt benutzen. Had... Was? Hadouken! Was zum... War das? Was? Genug davon. Ab jetzt übernehme ich das Verschmettern der Barrieren. War das? 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 Ich mag Regen lieber, wenn er durch mich statt auf mich fällt. Mir macht es so oder so nichts aus. Scheint so, als würden diese Erinnerungssprünge immer nur einen kleinen Zeitraum überbrücken. Wir müssen ein passendes Memento finden, sonst brauchen wir noch Ewigkeiten. Ach, genieß doch einfach die Landschaft. Es wären drei Memory Links benötigte, vorzuschreiten. Als Plüschner, bitte. Es hat er immer bei sich. Ernsthaft, dieses Tier sollte nicht das Recht haben, zu existieren. Die Welt ist nicht groß genug für zwei von eurer Sorte. Es ist fertig, River. Wie du, so kann auch ich nun jeden Tag auf sie aufpassen. Sie wird nicht mehr allein sein. Ich werde vielleicht niemals verstehen, warum, aber ich habe deinen Wunsch erfüllt. Ich bin sicher, auch Anja ist dir dankbar. Aber wenn ich fort bin... Wer wird dann über uns wachen? Wer sind sie? Mein Name ist Eva. Ich komme nur zufällig vorbei. War sie ihre Frau? Ja, ihr Name war River. Ein außergewöhnlicher Name. Das hätte nicht passieren müssen. Hm? Sie, sie hätte es nicht tun müssen. Aber sie... Sie würden es nicht verstehen. Ich verstehe es ja nicht einmal selbst. Ich verstehe es nicht. So, erst mal hochgehen. Oder auch Zeit, dass du auftauchst. Ich dachte schon, du wärst von der Klippe gefallen. Was hast du getrieben? Den Ausblick genossen. Was sonst? Fortschritte gemacht? Große Fortschritte. Riesig. Dinosaurierartig. Hm. Ziemlich einsam hier. Es ist ein Leuchtturm. Was hast du erwartet? Wie auch immer. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Die Begehren musst du erst mal selbst durchbrechen. Viel Spaß. Doch, wie nett. Das war es. Was hat dich? Was hat mich gelistet. Wunderschst. Wie schrauen. Ja, парrent. Wir sehen uns so. Wie motiviert. Wunderschst. Junge LoDa. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Notlüge So nennt man das doch, oder nicht? Nein, ich bin sicher, wir können ein... Hör auf! Ich mag es nicht, wenn du lügst Ich habe nachgerechnet, ich weiß, wie es aussieht Warum willst du mich gegen meinen Willen überzeugen? Wir brauchen das Geld für deine Behandlung, River Ich weiß, dass Anja Dfee bedeutet, aber das hier, das geht zu weit Ich meine, sie... sie ist nicht einmal... Weißt du, was mich glücklich macht, Johnny? Was? Weißt du es? Nun, ich weiß es Ich hoffe, du kannst mir dabei helfen River Wenn die Papiere für meine Behandlung ankommen, werde ich sie nicht unterzeichnen Was du mit unserem Geld machst, kannst du selbst entscheiden Aber wenn du meinen Wunsch erfüllen möchtest Dann verwende das Geld, um das Haus fertig zu bauen Und dann möchte ich, dass du nach ihr siehst Jeden Tag, den du dort lebst Besuch sie, sprich mit ihr, tröste sie Ich will nicht, dass sie allein bleibt Und was ist mit dir? Glücklich Ich werde glücklich sein Johnny? Ja? Ich habe das hier gemacht Sag mir, was es ist Was? Sag mir einfach, was es ist Es ist ein Hase Wie die anderen, die du gemacht hast Und weiter? Naja, er ist aus Papier Und weiter? Der Körper ist gelb Und der Rest ist blau Gut, und weiter? Du, River Ich habe ein Lied geschrieben Es ist für dich Okay Nun, möchtest du es hören? Ja Du hättest nicht extra das Piano hochbringen müssen Ich kann dich sehr gut hören Wenn die Tür offen ist Es heißt Für River Warum so klischeehaft? Das ist nur ein Arbeitstitel Wer ist diese Anja, von der die beiden gesprochen haben? Wenn sie so wichtig ist Hätten wir sie nicht in seinen späteren Erinnerungen sehen müssen? Schätze, er hat sein Versprechen letztlich doch nicht gehalten Es sei denn Es sei denn was? Egal Hey, das ist doch dasselbe Lied, das die Kinder vorhin gespielt haben, oder? Vermutlich hat er es ihnen beigebracht Ach, weißt du, das hier zieht nur mein Testosteronspiegel runter Ich mach mich auf den Weg Ich habe schon meine Memory Links Kommst du mit, oder willst du noch selbst weiterschauen? So traurig Gehen wir einfach Gehen wir einfach